crazy damit begrüße ich euch heute zur minecraft folge 15 uhr wir spielen vier mal zwei mal vier meine ich auf dem dust mc server habe ich noch nie in meinem leben gemacht aber wird schon stimmt mit dabei ist liebe intruselix der liebe ist deri guten tag und die liebe bia und im hintergrund hörte noch den musikwort von adam glaube ich ich glaube ich glaube das ist wirklich das war noch mal das lied wegen ja ja ich hab so ist und kann man an toni bei mir spektakle zu mit der links dauert es mega lange mit der holz bei mir ist adam auch gerade ich weiß nicht warum wir auf den server aufnehmen auf jeden fall weil kommen wir da müssen ansonsten würde ich ja niemals aufnehmen weil der toni ist hier am rasieren lol als ob er mich in der luft hittet alter ich lege auf diesen server obwohl das ein scheiß deutscher server kann man dir block mit einer normalen picker abbauen ja ich glaube nicht weil ich baue den grad ab der block bekommt damage müsst ihr dran denken also der hat einen punch bugen das soll nicht sein ernst oder also der block bekommt immer mehr damage also du kannst ihn nicht mit einem mal so schnell abbauen ja das passt als ob du den schon abgebaut hast haben wir eisen er hat doch gesagt ich bin bei denen unter der base die haben mich da runter geschlagen ich habe überlegt und habe gewartet dass keiner da war maschine so ich will jetzt probieren wir noch zu bekommen wenn man hdk bad was clear auf das ist ja wirklich das ist ja wirklich ein scheiß server lassen wir auf das sind sie treten platz eins ich habe letzt mal im forum geguckt von das sind sie einfach nur mal aus spaß und da ist er erregt erster in bad was dead also das ist richtig richtig cool gemacht eigentlich wie sie das im forum gemacht haben auch das wieder typen sind weil da werden nämlich alles so ausgestellt wer erster der spielmodus ist und so ist so wie auch kommen wir einfach die capture ok 2 geändert aber ich muss mich sagen dass es ja wahrscheinlich ist das ist geil da muss ich keine musik hinterlegen das ist echt nice ja bitteschön mein gott der mit dem bogen lebt halt noch mehr man kriegt doch richtig wenig falsch dann habe ich das kommt da irgendwie nur ein lockpick also ich zumindest so auf der 17 meter toni ich glaube du hast dich gerade selber verraten eben nur lockpick zu border plane findet sie hackt ursachen zumal eisen hallo ich hatte gerade eisen wo gibt es hier eisen ich glaube dort unten ja da muss diesen weg runtergehen auch mann haben wir einen bogen ist das bett von dir ist ja schon weg also der block ja das habe ich doch schon längst abgebaut ja dann sag mir das doch wer das stand groß vor deiner stirne eigentlich stand fett im ding mit drei hartson das mc wo haben eine karte je öfter man stirbt so ich bin volle kürz recht sieht man wie oft man gestorben ist nicht geklitten wo man das so cool da kann man ja eigentlich theoretisch voll die kids fahren ja weil da ja weil das aber auch von esl gesponsert ist also bestimmt nicht gesponsert aber auch gehostet wird die haben alle drei voll equipt aber wer will hier bitte die esl drauf spielen was war der trick lasst like ok 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 ich bin bei denen der base ein habe ich noch so wenn sie schreiben hecke höh 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 lol ich ach ja es ist übrigens double coins week end deswegen bin ich auf den server mal gegangen keine ahnung was das bedeutet was das bedeutet tun damit wollen was das bedeutet vieles mehr du sie in der nächsten folge ich sterb die ganze zeit was ich will mir jetzt einfach gold und dann kann toni ausböben ausböben mein baum nehmen ne ich muss eigentlich ein bisschen rushen mein aufnehmen ja dann nimmst du und rush hin es wurde mir das eine fun cv video weil ich hochgeladen habe wurde ähm geschrieben äh nina toni du baust du bist ja nur sorry tut mir leid tut mir leid ich lebe wozu gibt es cv taktiken wozu gibt es der immer warte ich hole den ein ok adam lass den ficken pass auf pass auf wir machen jetzt wir machen jetzt project x hinter das kaufsystem scheiße hä hä wie geht es hier rein ach so könnt auch von oben einfach rein ne oder machen wir project x weißt du toni ich koch dir ein gutes schwert oh oder einfach so der mit dem bogen ist oben der muss der typ habe ein nice gg ich habe eine kd von 0,0 aber ich habe nur 0 kds hin ein 55 tode meins gut dann würde ich einfach mal sagen das war es auch mit der runde joa falls ihr bock habt dass ich ein paar mehr videos vom dust im sea或者 bringen dann lasst mal eine positive mehr wertung da oder schreibt es in die kommentare das wäre mir eigentlich sogar am liebsten. Dann bedanke ich mich, dass ihr drei dabei wart. Ja, guckt meinen lieben Wrecked by True Saddix vorbei. Auf YouTube heißt sie in True Saddix, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns heute Abend beim 18. Uhr Video, denn heute gibt es endlich mal wieder zwei Videos, seit langem mal wieder. Mal sehen, was sein wird. Ihr werdet es sehen. Haut rein und tschau. Tschüss.